So, guten Morgen. Willkommen beim zweiten Tag. Morgen. Boah. Ich würde sagen, wir gehen raus. Ich hoffe, das Mikrofon funktioniert. Ich weiß es nicht. Boah, voll warm. Oh, Hilfe. Ich bin jetzt einfach runter. Boah, wie schnell wir sind. Wir sind hier ganz alleine, sofort mit dem Schiff und dem Katzenkno. Ich glaube, ohne Witz ist das ein Katzenkno. Wir sind hier jetzt gerade aufgewacht. Es ist, glaube ich, 12. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir gehen jetzt hoch, suchen was zu essen. Felix schläft noch. Und wird ein Schifftag. Meet me. Ich und ich haben jetzt ein sehr reichhaltiges Frühstück, wie ihr gerade gesehen habt. Wir haben jetzt noch 5 Minuten Zeit, deswegen haben wir uns alles genommen, was da war. Wenigstens haben wir Frühstück, ne? Felix und ich waren schon draußen. Wir haben ein gefrischtes Stück. Und dabei ist jetzt... Alle sind irgendwie noch nicht so unterhaltsam. Finde ich jetzt auch vollkommen okay. Ich zeige euch. Aber da müsstest du mir jetzt ein Wort geben. Und dann will ich was unterhaltsamers draus machen. Sollen wir wieder das Spiel spielen? Nein. Sagt. Wer. Der. Mann. Ist. Krumm. Wie. Du. Auch. So bist. So bist. So bist. Okay. Felix pennt immer noch. Wir müssen den gleich dringend mal wecken gehen. Und dann... Kann man jetzt auch den Penner nennen, den ganzen Dreck? Den kann man Penner nennen, den kann man Penner nennen. Also wir reden heute darüber, warum Patrick nicht mit ist. Das mache ich natürlich nicht jetzt, sondern am Ende des Videos oder vielleicht mittendrin. Müsst ihr dann gucken, ne? Wenn er es gefunden hat, könnt ihr auf jeden Fall mal ein Like nach oben da lassen. Hör auf jetzt. Das ist mein Ding mit den Like. Und, äh, ja. Ne, dann zeigen wir, dann gucken wir uns nachher nochmal das Boot an. Ich brauche aber auf jeden Fall einen neuen Akku, sonst wäre gleich alles tot. Tschüss. Ich bin der König der Welt. Gut, wie ihr gerade gesehen habt, ich habe wenigstens noch meine GoPro geholt. Geduscht habe ich auch. Ich muss jetzt mal die GoPro laden. Deswegen gab es auch gestern noch keine Bilder. Ich habe das irgendwie nicht gemacht, bevor wir losgefahren sind, weil ich ein halbes Genie bin. Ich lade jetzt. Und danach werde ich mal mit der GoPro uns hier mit auf dem Schiff rumgehen. Vielleicht auch mal ein bisschen mit den Slow-Move-Funktionen spielen. Ja, ich bin gespannt. Gucken wir mal. Wir haben ja noch ein paar Stunden vor uns. Ich gucke, dass ich so um 21 Uhr fertig bin. Dann kann ich dann nämlich auch früh schlafen, weil wir bis um 6 Uhr aufstehen morgen. Tschüss. Tschüss. Ich habe einen am Sinn, weil... War Frühstück gut? So, die GoPro sieht einigermaßen geladen aus. Ich glaube, wir jetzt mal ein paar Slow-Move-Aufnahmen dieses wunderbaren Stoffes euch näher zu bringen. Und ja, dann weiß ich nicht, was ich dann mache. Weil wir dann immer noch im Schiff. Egal, mega geile GoPro-Aufnahmen und Musik. Wo ist es ein Schwan? Gut. Das ist ein Schwan. Das war's. Das war so ziemlich jetzt die beste Schiffstour, die ich, warte im Moment, ich muss mal kurz mein Handy ein bisschen wieder weg machen, sonst passt das komplett aus. Das war so ziemlich die beste Schiffstour, die ich euch jetzt anbieten konnte. Hier ist tatsächlich nicht so viel zu tun, muss man leider mal sagen. Dementsprechend das, was es heute gab, gab es jetzt. Ich gehe jetzt gleich noch Happy machen, dann nehme ich euch natürlich noch Min mit. Aber ansonsten chillen Izzy und ich jetzt hier gerade, wie ihr schon seht, auf diesem übertrieben, übertrieben geilen Deck hier. Das ist halt wirklich mega schön gerade einfach. Schade, dass hier kein Skatepark oben drauf ist, sonst könnten wir Kickflips machen. Kannst du Kickflips? Ja. Ich kann keine Kickflips. Ja, die mache ich manchmal. Weit kicken, weit Kick, Flip, Kick. Ich bin gespannt, wie es morgen wird. Ich glaube, eigentlich legen wir um 7 Uhr an, aber das Frühstück, haben wir gerade gesehen, ist von 8 bis 9. Das heißt, man kann höchstwahrscheinlich noch ein bisschen länger hier bleiben. Ich glaube, ich auch ganz gut für uns gelaufen, weil wir halt so spät reingefahren sind und ganz vorne stehen, stehen wir eigentlich niemandem wirklich so im Weg. Ich glaube, auch mir wird morgen die unehrenhafte Aufgabe zuteil, diese fette Karre, in der ich mich noch ein bisschen wabbelig fühle, auch aus dieser Garage zu setzen. Ist auf jeden Fall ein bisschen Action-Abenteuerreich. Meine GoPro lädt jetzt auf jeden Fall mal. Izzy hat ja auch im Auto schon seine Sachen angebracht. Ich würde dich ungern unterbrechen. Sie sieht gut aus aber gerade, ne? Meine Frise, ja, die sieht gut aus. Die sieht auch gut aus, ne? Können wir vielleicht ein Selfie für Instagram machen, wo meine Frise gerade so gut sitzt? Ja, komm, machen wir jetzt direkt im Video. Das ist ein Video. Oh, da ist ja noch... Bleib doch mal stehen. Cool, danke. Gerne, gerne. Sehr gut. Kommen wir wieder zurück zu deinem Video. Das musst du jetzt erstmal wieder richtig belichten, die Kamera. Hi. Wir müssen viel Schwarzanteil machen, damit es heller wird. Siehst du, so hat es geklappt. Boah, wie gut du. Einfach ein bisschen mit Kameras inzwischen. Passen wir auf, jetzt wird es wieder dunkel. Das ist ja komisch. Warte, jetzt gehe ich nochmal rein. Das ist unglaublich. Gut, wir machen jetzt gleich happy. Das war es vom Schiff. Erstmal von dem Video-Schiff, weil mehr gibt es nicht. Und wir genießen noch den Sonnenuntergang jetzt hier. Sonnenuntergang. Wir haben Internet, Sturmi. Wir haben Internet. Was? Komm mal her. Komm mal bitte her. Das sieht halt schon echt cool aus. Halt echt. Das ist so, wie du so anfällst hier. Ja, das ist halt schon. Du hast auch so ein bisschen runtergeguckt. Das wäre jetzt sehr intim für dich auf einmal. Die Halterungen sind echt cool. Da muss ich mir auch definitiv meine zulegen. Neben der Tatsache, dass ich glaube ich auch jetzt von dieser wunderbaren Kamera ein bisschen wechseln werde. Natürlich habe ich nicht, wie immer, das rote Gesicht, was ihr von mir kennt. Das sind nämlich kleine Lichter, die jetzt hier, guck, komm, jetzt sind die weg. Jetzt sind gelb. Wir fahren jetzt gerade hier auf happy. Da habe ich heute Morgen mit dem, warte hier, da habe ich heute Morgen mit dem EC schon happy gemacht. Aber der EC hat alle Essenskarten und die liegen noch bei uns in der Kabine. Das heißt, wir müssen kurz warten, weil ich habe irgendwie nur meinen. Glaube ich zumindest. Ich glaube, wieder Panik ist das meine. Schauen wir mal, wie es wird, was es wird. Und ich glaube, es ist wieder Buffet. Frühstück war echt okay. Also war ein Brunch. Wir sehen uns beim Happy wieder. Ich zeige euch kurz das Happy. Und dann ist, glaube ich, für heute auch schon noch die wichtige Paluten-Nachricht. Natürlich. Ich habe gar nicht drüber geredet. Das kommt nicht am Ende des Videos. Geil. Fällt mir gerade auch erst ein. Machen wir gleich noch. So, ich sitze jetzt hier gerade noch beim Schneiden wieder. Und da drüben sitzt auch der, da, das ist immer voll schwierig zu zeigen, der D-N-I-R. Nein, jetzt noch. Es ist, glaube ich, fast 8 Uhr. Ich habe ja gesagt, so gegen 8 Uhr möchte ich ungefähr fertig sein. Davor aber natürlich noch die eine unglaublich wichtige Message. Und das ist nämlich, warum Palle nicht mit kann. Palle hat aus privaten Gründen den Trip leider absagen müssen. Ich habe das schon mal ganz kurz auf Entzügung geschrieben. Ist jetzt eigentlich auch nicht so ein mega großes Ding. Wer zählt wahrscheinlich aber auch als Titel nehmen, nur damit die Leute nicht immer andauernd und andauernd fragen. Einfach mal private Gründe. Das kann mal dazwischen kommen. Keiner hat irgendwie Streit oder so. Wir haben alle keinen Streit untereinander. Das ist jetzt einfach so passiert. Das ist natürlich doof. Finde ich auch doof. Aber heißt ja nicht, dass in der Zukunft da nicht nochmal was kommen kann. Nur damit ihr Bescheid wisst. Und ich bitte euch persönlich darum, dass ihr denen damit nicht auf den Nerv geht. Wenn er das mit euch teilen möchte, dann macht er das. Wenn er das nicht möchte, dann macht er das nicht. Ich wünsche mir einfach nur, dass ihr das respektiert. Nicht fragt, was los ist oder warum er nicht mitkommt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und er wird es euch sowieso nicht sagen, wenn er es nicht möchte. Von daher ist es dann einfach nur nervig. Und vielleicht auch in so einer Situation nicht ganz angebracht. Wie gesagt, aber sonst zwischen uns ist alles cool. Und zwischen den Jungs, nur damit ihr Bescheid wisst, hat halt eben private Gründe. Jetzt nochmal kurz mit Isis Gesicht. Lassen wir den Vlog jetzt natürlich gut enden, wenn es sich gefallen hat. Lasst den Däumel einen noch hoch da. Ich weiß nicht, wann er kommt. Ich weiß nicht, wie das alles funktioniert. Ich hoffe, die GoPro-Aufnahmen haben funktioniert. Das werdet ihr ja davor gesehen haben oder nicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Schau rein, haut rein. Tschüss. Ja.